Hallo Leute und willkommen zurück zu Minikraft Projekt Ditchneyland. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört, wir sind hier am Dach stehen geblieben. Ja, immer diese Dächer, die Dächer sind echt am bescheuertsten. Also in Minecraft sind Dächer echt scheiße zu bauen, das macht am wenigsten Spaß, kann man schon sagen, ja doch. Dächer ist, glaube ich, für jedermann nicht so das prickelige und vor allem auch eine Stadt gelbe vom Ei. Ja, 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 glaube doch. Aber ich glaube, das ist jetzt auch soweit fertig hier fast. Also hier müssen noch ein paar Markierungen, ah, Markierungen sag ich schon, Verschönerungsoptiken rein und so. Aber das sollte eigentlich an sich nicht so das, nee, ist das der Richtige, ne? Ja, so das Problem darstellen. Ja gut, hier oben das Dach, das erkenne ich nicht. Warte mal, könnte man, ja, ich komme mit Google Earth immer noch nicht gleich, verstehe das Programm. Nicht, kannst du nicht? Es ist grün, oder? Ist das grün, Leute? Sagt man, es ist grün, das ist grün, oder? Für mich ist das Dach grün. Seht ihr das auch so? Ich habe keine Ahnung, ob das grün ist. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also, was wir jetzt aber auf jeden Fall erstmal machen, wir brauchen die, oh, guck mal, da habe ich die ganz schmalen. Sogar, warte mal, kann ich die? Ansonsten mache ich das, äh, ah, nee. Wir machen das so halb-halb, denke ich. Ah, ja, gut, okay. Das muss erstmal, ja, muss gucken, wie ich das hier mache. Das muss nämlich eigentlich ein so rübergesetzt werden. Aber eigentlich schräg halt. Und das geht ja nicht, ne? Das wissen wir ja, das geht mit Dings nicht, das ist zu big. Haben wir hier noch die kleineren? Das sind, glaube ich, zu klein. Ne, das sind die. Hm, das sieht aber irgendwie scheiße aus. Warum sind hier alle Dächer rund? Das kotzt total an. Da war das Gebäude richtig schön zu bauen. Und das war auch schön zu bauen. Oh, und die City Hall, erst recht, ey. Aber auch nicht so eine Scheiße hier. Kein Spaß. So eine Scheiße hier zu bauen. So. Die Frage ist, ja gut, ich kann sie nicht hier schräg rüber. Erstmal brauche ich die Pünktchen. Haben wir die Pünktchen? Ja, die Pünktchen haben wir. Ich glaube, das ist der, oder? Ja, okay. Ja, jetzt muss ich ein rundes Dach drauf. Uhu. Runde Dächer. Das ist ein Traum. So geht auch nicht mal. Habe ich keine Ahnung. Lass mal weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Dach gerade bauen soll. Wie ihr seht, ich lasse die Dächer weg. Ich lasse alle Dächer weg. Liegt einfach daran, dass die Dächer total scheiße zu bauen sind. Oh, nee. Die Dächer sind richtig scheiße zu bauen. Boah, ich muss mich mal ein bisschen chilliger hier hinsetzen. Wenn man Minekraft spielt, muss man gechillt sein. Sonst funktioniert gar nichts. So, ich muss mal sägen. Oder mal versuchen zu sägen. Nein, ich gebe mir die Dächer erst mal eine Hand hier. So. Okay. Kann ich die überhaupt sägen? Wenn ich die nicht sägen kann, ne? Dann flippe ich auch. Ich kann die nicht sägen. Ich kann die nicht sägen. Wieso kann ich die nicht sägen? Ja doch, kann die sägen. Gott sei Dank. Äh, ja. Die und die brauche ich. Okay. So, testen wir das mal aus, ob das hier so geht, wie ich es mir erhofft habe. Ja, es scheint zu funktionieren. Wunderbar. Dann machen wir das. Dann tun wir das jetzt eben ausbessern. Ja, und dann machen wir das hier unten, weil am Dach, da habe ich keine Nerven für gerade. Weil Dächer, ich denke mal Dächer. Dächer sind sowas, da braucht man richtig Bock drauf. Und, ich habe ein Haar hier irgendwo. Und irgendwie, äh, ja. Vor allem, und Zeit braucht man dafür, ey. Das ist ja, ja gut, okay. Das ist jetzt ein bisschen scheiße, weil man hier halt diesen Cut sieht. Aber, ich denke, damit lässt es sich leben. Dafür habe ich hier so einen schönen Übergang. Oho. Ich denke, damit lässt es sich leben. Und, ich finde einfach, das sieht ein bisschen besser aus. Beige, beige, sieht das schon aus. Jo, jo. Ja, und, das ist halt so. Ich habe nicht groß was zu erzählen, wie man vielleicht merkt. Weil, bei mir einfach auch nicht so viel passiert, derzeit muss ich sagen. Damit ich irgendwie was erzählen könnte, oder so. Das gibt es irgendwie derzeit nicht so viel. Und wenn, dann ist das mehr so in die private Richtung. Aber, naja, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben jetzt gleich drei Uhr. Das ist ja mal ein Traum. So, ähm. Die müssen eigentlich wieder so ein geriffelter Scheiße sind. Aber geriffelte Scheiße haben wir nicht. So, soll ich das Dach in diesem Ton hier machen? Also, für mich sieht das nach grün aus. Deswegen mache ich ihn jetzt grün. Ich mache das Dach hier grün. So, boah, ist das ein Mix aus Farben hier. Aber, naja. Okay, dann gucke ich mal jetzt hier runter. Und wir sehen Holz. Ist ja ein Traum. Mit einem Sockel. Oh, guck mal, hier ist sogar noch ein Sockel drin. Ist jetzt sogar noch ein Sockel drin. Kriege ich das denn so weit hin? Ja, ich brauche diesen hier. Und ich brauche... Ah, nee. Also, das sieht für mich auch wieder so grünlich aus. Aber grün will ich da jetzt nicht reinhauen. Ich denke, wir packen einen normalen Stein da hin. Äh, so. Ja, vielleicht einen höher. Mach mal so ein Doppelding. Damit ich das dann hier mit allem weiterziehen kann. Ja, mach mal das so. Würselt schön aus. So ein bisschen. So, und dann kommt hier die Schräge hin. Nein, nein. Wieso kriege ich hier keine Schräge hin? Kann mir das mal einer erklären? Kommt die da hin? Ja, ein bisschen verwirrt. Wo kommt denn hier die Schräge hin? Vor allem, wo ist die Schräge? Regel. Oh, da. Ah, tatsächlich. Die kommt da hin. Okay. Okay. Wo ist die? Regel. Hätte ich mal die? Bitte. Ah, ich bin vorbei. Oh, nie. Oh, nie. Nein, ach. So. Okay. Dann brauchen wir jetzt Holz. 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 Ich habe mangelbare. Nein, nicht wirklich. Holz. Was für ein Holz nehmen wir denn da? Oder sollten wir das einfach, weil eigentlich wäre das hier vorne, das hier auch Holz. Vielleicht sollten wir das einfach auch in diesen Steinen machen. Aber das sieht komisch aus. Ich mache erst mal Tag. Dann machen wir Wood. Wood. Ja, der könnte man nehmen. Nee, der ist zu dunkel. Jungle Wood ist hässlich. Den könnte man eventuell nehmen, aber ich brauche hier irgendwie ein bisschen verplatt. Da kommt Gras. Brauchen wir jetzt gerade nicht Gras. Äh? Gib mir Dschungel Wood. Ja. Gib's mir. Danke. Meine Fresse. Sagte er die ganze Zeit. Nee, du kriegst kein Wood. Woodie, 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 Woodie. Ja, wir machen das mit Wood. Und einfach nur, weil ich kann, da-dam-dam-dam, kann ich das, kann ich den Wood dann wenigstens schneiden. Brauch nur ein, nö, nö, nö. Nein, ich brauche zwei. Gib mir noch ein. So, kann ich schneiden. Prickel, Prickel gut. Very good meine ich. Äh, was kann ich denn dafür wegtun? Ähm. Ähm. Ähm, hier Pricks. Aber erst mal nicht. So, so, den kann man da drauf tun, ne? Ja, wunderbar. Ja, das ist schön, der kommt weg, das ist die Tür. So, dann brauchen wir, äh, ja, Glas, brauchen wir Glas, Glas, das haben wir hier. An Glas, das, nee, warte mal, noch brauchen wir kein Glas, das muss noch einen höher. Ja, das müsste eigentlich auch nur einen halben höher. Aber doch, das ist okay, weil hier baue ich das ja eh zu. Brauchen wir die Karten da nochmal, ähm, und so, kommt das nachher. Ja, nach ganz oben, so zu, genau. Very good, very good. Das ist halt ein bisschen schade, nicht so gut. Dann machen wir das doch hier unten, machen wir das doch hier. So, ja. Und dann hier oben dicht. Und dicht. Die kann ich damit nicht machen. Vorne mal einen ganzen Klotz. So, pop, 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 pop. Und hier, äh, ja, auch, eigentlich müsste ich hier auch noch ein Glas hin. Moment, hier rein, dann cool, so. Das mal kurz dicht hier, da ist hier dem Glasblock einfacher, da fuck, ja, damit ich den Glasblock da einfacher dran machen kann. Und zwar, so. Ja, das ist okay. Ja, eigentlich ist es auch eine Zweier-Tür. Wie gesagt, das ganze Gebäude ist halt ein bisschen kleiner als sonst, aber eigentlich ist ja okay. Kann mit leben, denke ich. Oh, sieht auch mehr oder weniger ganz okay aus. Also, wie gesagt, ich wüsste noch nie, warum man hier in die Ecke gehen sollte. Aber, naja, ich meine, dieses Gebäude ist eigentlich total ersinnlos, glaube ich. Also, ich glaube, da ist nichts drin, wo man rein kann. Meine ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Äh, was könnte... Ja, gut, hier müssen jetzt noch überall Verzierungen rein. Ähm, und rein theoretisch müsste der Sockel hier, der Steinsockel auch hier hingehen. Ähm, was man noch machen könnte, wäre hier das ganze Holz wegmachen und das hier aus Stein einfach machen. So, dass das als Holz erst irgendwie später anfängt oder so. Aber, ah ja, weiß ich schon nicht. Weiß ich schon nicht. Ja, so. Ja, gut, hier müsste auch das Dach drauf, aber da habe ich auch keine Ahnung wie. Hier müsste auch das Dach drauf, habe ich auch keine Ahnung wie. Da hinten fehlt noch das Dach. Hier fehlt noch die ganze andere Seite hier. Hier fehlt noch der Tower. Ähm, ja, und die habe ich ja nur. Grob fertig gemacht. Gut, äh, lasst mich überlegen, was könnte man machen. Ja, gut, wir könnten jetzt einmal, wir könnten die Mauer ziehen, weil ich werde da nicht mehr viel machen. Ah, guck mal da. Das ist ja auch noch so ein bisschen was, aber die gehört, das gehört auf jeden Fall zu irgendeinem Gebäude. Ich glaube, das gehört zur Transportstation. Dass man da so sieht, kann das? Warte mal, ich versuche es mal rauszuzoomen. Aber ich bin zu blöd, bei diesem Programm hier rauszuzoomen. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache einfach so. Jetzt zoome ich da nochmal rein. Und dann sehen wir, das ist tatsächlich... Ja, gut, okay. Wie ich gerade sehe, die knüpfen alle mehr oder weniger aneinander. Aber wie ihr da seht, hier ist die Transportstation. Ja, ne, das ist einfach nur das ganze Gebäude, was einfach so einmal komplett rumgeht. Also nix wirklich... Nix wirklich interessantes, muss man sagen. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, ich habe mich falsch gedreht. Hup. So. Ja, das ist einfach so ein Klotz, der da halt einfach so steht. Also erstmal ziemlich irrelevant. Ähm, aber wir ziehen... Ne, war... Ah, ich sehe gerade, wir könnten doch tatsächlich noch was machen. Was war der Weg weiterführen? Da sehen wir, dass der Socke total umsonst war. Was ja toll. Das ja toll. Ja gut, hier muss ich auch irgendwas machen. Ich glaube, alles ist auch mal ein... Ein... Größeren Verhören oder so. Aber das machen wir nicht jetzt. Also ich mache jetzt nur den provisorischen Weg soweit. Wir brauchen nochmal den roten... The Redstone. Red Rock. Sorry. Damit wir den Weg hier nochmal so mehr oder weniger anpassen können. Wie gesagt, der wird wahrscheinlich hinterher sowieso nochmal ausgetauscht. Aber... Na ja. Zack. Und... Nein, den brauchen wir nicht. Also könnte man auch nehmen, aber... Den brauchen wir erstmal nicht mehr. Wenn dann schon richtig. So, dann könnten wir jetzt ja, wie gesagt, die Mauer machen hier so mehr oder weniger. Weil die Mauer ist ja auch schräg. Sehe ich gerade, geht schräg rüber. Ja, weil er eigentlich der Weg hier allgemein schräg wäre. Der wird bei mir jetzt nicht schräg sein. Ja, dann lass das mal machen. Ich habe den Brick hier aber letzten Part weggetan. Das ist jetzt nicht so praktisch. Machen wir den Brick noch? Braa. Yeah. Äh, was brauche ich denn hier? Und das ist nicht mehr. Ich habe hier aber auch nichts. Oh, ich bin müde, Leute. Es tut mir leid. Ja, den brauchen wir erstmal nicht. Und was machst du da? Fick da. So, wo ist der jetzt? So. Machen wir das so. Ich sage einfach mal, was ich jetzt noch mal ganz kurz gucken muss, ist... Ist der bündig? Will ich mal... Ehe, ist er nicht... Er geht hier so, würde ich sagen. So, 3, 2, 2 reichen. Dann würde hier noch dieser Kasten-Ding da drankommen und so. Aber den mache ich jetzt nicht und so. Und ich würde sagen, ab hier fängt dann die Mauer an. Äh, ja, auf dem Bild ist angezeigt noch so ein Weg. Den Weg werde ich auch, denke ich mal, nicht machen. Weil der Weg ist irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig. Er passt da irgendwie nicht hin, ich weiß nicht. Der sieht echt komisch aus. So, wartet mal. Jetzt muss ich aber nochmal reinzoomen. Nicht zu weit reinzoomen. Ja, wo zoomst du denn hin, man? So, und jetzt zoom. Genau, so ist gut. So ist perfekt. So kann ich auch was sehen. Uah, ein bisschen zu gut. So, äh, wie hoch? 1, 2, 3, 4 Blöcke hoch. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4 Mauer. Ja, ja, das ist, oh, ja, vielleicht noch, vielleicht noch ein, aber so reicht das erstmal. So, also Mauer in der Mauer wird komplett einmal gerade sein. Weil sonst müsste ich den Weg auch schräg angleichen, damit das noch was aussieht. Und das, nee, das will ich nicht, das will ich nicht. So, wartet mal. Das muss genau, muss hier bündig sein. 2 nach hier und ich war dann hier. Genau, so. Weil das ist auch ganz gut so, weil dann hat, haben wir hier auch gleich schon mal so ein bisschen. Ähm, ein Stück von hier schon. Aber das alles zu seiner Zeit. So, ja, gut, rein theoretisch, gut, das könnte man machen, aber das mache ich, weiß ich nicht. Also, ihr seht ja hier, das hier. Seht ihr mal eine Maus? Nee, seht ihr nicht. Aber hier geht so so eine Schräge rein. Seht ihr nicht. Doch, jetzt seht ihr die hier. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die weglassen soll. Also rein theoretisch könnte ich die machen, ja. Äh, ich weiß so nicht, ob ich das will. Das ist jetzt eher so die Frage. Also, was ich weiß, ist, dass hier auf jeden Fall weißer Stein dran kommt. Ja, und dann hier muss ich wieder mit den Bricks ein bisschen spielen. Habe ich die denn noch? Ich habe den, habe ich noch. Den. Einen Slap habe ich nicht. Aber den Pillar will ich nicht wissen. Der, den hatte ich doch eben gebraucht. Ah da. Und den brauche ich. Dann ist das eigentlich machbar. Aber, aber wie ich auch gerade sehe, ähm, nee, das ist okay. So, so. Ähm, Moment. Moment, Moment. Äh, so. Das ist immer im gleichen Abstand. Ja, ich glaube schon. So, wie ich das da sehe, glaube ich, ja. Ich glaube, so. Ah, nee, shit, ey. Shit ist aber... Nee, das ist sogar richtig gut so. Glaube ich. Weil da drüber, da oben kommt noch so eine Slap-Reihe von Weißen hin. Ähm, was nur... Nee, das ist richtig. Nur falsch rum. Das ist richtig, nur falsch rum. Äh, Moment. Das ist total verwirrend. Wartet mal. Ja, also hier muss der hin und dann der. Dann... So müsste da ein Schuh draus werden. Ja gut, okay. Dann ist der Weiße doch da oben. Aber naja. Andersrum wäre es mir lieber gewesen. Aber so sollte es richtig sein. Ja. Und dann kommt der hier noch ein weiter raus. Das war so. Und... Ja, hier, dann denke ich mal... Ja, nee, hier mache ich das mal nicht. Erst das mal so. Und dann müsste da oben jetzt noch so eine kleine... Äh, ja genau, die hier. Da oben drauf liegen. Weil das ist Weiß. Okay. Ähm, guckt das hier so weit drüber? Das kann ich jetzt auf dem Bild nicht so gut erkennen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich denke mal... Ja, hier ist jetzt die Frage, ob ich jetzt hier diese Schräge reinmache. Aber ich denke nicht. Ich denke, ich mache nur das Tor hier hin. Das gefällt mir rein theoretisch. Theoretisch, das gefällt mir ein bisschen besser. Und ja, ich mache das ein Stück hier auf die Straße. Aber naja. Das ist mit Absicht so... So. Und ich denke... Das sollte gehen. So, wartet. So, dann genau. Den noch rüber hier und die Plättchen drauf. Na, komm. Ganz genau. So, so gut. Okay, ob ich die jetzt hier rüberziehe noch ein, weiß ich jetzt. Aber, naja. Das sehen wir am nächsten Part. Ich beende den Part jetzt hier. Wow, wir haben eine Mauer gebaut. Wir haben das Haus ein bisschen rumgepopelt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.